Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video. Ich habe wieder ein Match-Attack-Pack. Wir gucken mal, was wir dieses Mal rausbekommen. Okay. Erstmal ist natürlich sowas. Ähm, Goncalo Ramos haben wir als erstes. Und jetzt haben wir David Raum. Diego Costa. Orkun Kektu. Oh, Kingsley Coman. Ich will in Hertha spielen. Ähm, Marius Wolf hat mal bei Hertha gespielt. Joey Gomez. Shit. Ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Jayne Sancho. Uh, jetzt kommen die Special Cards, Leute. Äh. Pablo Barrios. Casemiro Bettler-Karte. Und Manchester City, ähm, Karte. Ja, okay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Oder warte, warte, warte. Ah, nee. Einfach egal. Komm. Bye, bye, Leute. Bye. Bye. Bye.